Hallo meine Lieben, heute gibt es eine kleine, super schöne Special-Reihe. Die beginnt zwar nicht mit mir, sondern sie läuft schon seit dem 11.09. Aber wir möchten euch auf den Herbst einstimmen. Mit wir meine ich mit mir inklusive 12 YouTuber, die bei Mediakraft Talents dabei sind. Wir 12 wollen euch gerne auf den Herbst einstimmen und haben vor, euch etwas zu schenken. Und zwar hat nämlich ein Mädchen und ein Junge die Möglichkeit, bei uns etwas zu gewinnen. Und das auf eine ganz tolle, interessante Art und Weise. Denn ich erkläre es kurz, aber ich setze euch nochmal alle Informationen, weil es ein bisschen kompliziert und ein bisschen ausführlich ist, nochmal unten in die Infobox rein. Es schaut jetzt so aus. In diesem Video verstecke ich jetzt gleich irgendwann eine Zahl. Die werde ich, denke ich mal, mit meiner Hand euch zeigen. Deswegen gut aufpassen. Ja, ich werde euch nämlich eine Zahl verstecken. Das mache nicht nur ich, sondern wir machen vom 11.09. bis zum 23.09. eine kleine Special-Reihe, in dem jeder YouTuber euch eine Zahl verrät oder auch heimlich versteckt. Und bitte, 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 ihr müsst wirklich vom 11.09. bis zum Schluss den Zahlencode, also da wird ein Zahlencode entstehen, wirklich die Zahl vom 11. an in der Reihenfolge auch beibehalten. Weil das ist nämlich dann die richtige Reihenfolge und der richtige Zahlencode natürlich, den ihr dann dafür braucht, um bei dem Gewinnspiel anschließend mitmachen zu können. Wie gesagt, ich setze euch aber nochmal alle anderen Informationen unten in die Infobox rein. Und ihr werdet auch sicherlich noch auf dem Laufenden gehalten werden von uns. Ja, so sieht das jetzt aus. Ich bin natürlich ein Herbsttyp, also ich liebe den Herbst. Zwar ist der Sommer auch natürlich was sehr Schönes, aber er lässt jetzt so gut wie langsam nach. Und eine Sache am Herbst liebe ich besonders und zwar liebe ich ein Accessoire ganz besonders und das ist der Schal. Ich habe wirklich viele, 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 viele. Ich zeige euch jetzt 20 meiner Lieblingsschals. Ich würde mich auf jeden Fall jetzt freuen, wenn ihr dran bleibt, euch meine Lieblingsschals mal anschaut. Was ist euer Lieblingsaccessoire im Herbst oder was mögt ihr besonders am Herbst? Lasst es mich doch mal unten in den Kommentaren wissen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Diese Art Video habe ich noch nie gemacht, deswegen lasst es mich wissen, wie euch diese Art Video gefällt. Und ja, lasst uns beginnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020